Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zum Platzhirsch. Hirsch. Wir haben nochmal für euch einen neuen Modus. Wir blicken da jetzt selber noch nicht so ganz genau durch. Ich meine, man kann es nicht durchlesen. Wir haben es noch nicht gezockt, aber wir gehen davon aus, dass es einen bestimmten Platz auf dem Platz gibt. Also eine Zone. In der Zone. Definitiv. Ein Platz in der Zone. Und da muss man halt rein und den Ball da kämpfen beziehungsweise behaupten und dann steigt wohl irgendein Boost die Anzahl der Tore, die man dafür bekommt oder man kriegt dann überhaupt ein Tor. Und dann, ja, gewinnt man oder verliert man. Wir spielen einfach mal und gucken uns das an. Ihr werdet es dann hoffentlich auch verstehen. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Die ersten FIFA 20 Videos. Nimmt die Videos wieder auseinander. Abonniert den Kanal. Wir starten jetzt rein mit Platz. So, also Team Stehen City gegen Liverpool. Das englische Spitzenklassen-Duell. Ja, wie gesagt, Werte sind noch nicht die aktuellsten. Genau, wir haben jetzt eigentlich auch gar nichts eingestellt. Wir haben das so übernommen. Und ja, so gehen wir rein. Ich würde sagen, auf den Hirsch. Die Tore sollen am Anfang wohl gesperrt sein, ne? So, was passiert jetzt? Oha. Du musst da rein. Okay, jetzt lädt sich das langsam auf. Ah, krass. Das muss einmal komplett aufgeladen sein. Oha, wie schwierig. Ah, du hast ein Tor. Okay, jetzt habe ich nichts mehr. Warum machst du? Jetzt habe ich das. Ich habe zwei Tore jetzt, komm. Das nutze ich aus. Aber die Zeit läuft ab. Ah, dann geht das wieder zurück. Dann muss man in der Zeit schnell ein Tor machen, oder was? Jawohl. Jetzt steht es 2-0. Nee. Ja, mit Van Dijk. Ah, das war nur 2. Aber wo ist denn jetzt der Platz, Hirsch? Ach, da hinten ist der. Hast du jetzt auch einen? Ja, ich habe jetzt auch. Das ist vorbei. Du hast 0. Sicher? Das Tor ist... Ah, gewann das Tor. Oha, ist das denn gesperrt? Geil. Noch schon zwei Tore. 3. Ich habe 0. Krass, Digga, kannst du bis 5-0 machen. Ja, Mann. Das ist Kevin De Bruyne. Jawohl. Ah, weil das hätte meiner sein müssen. Jetzt hast du auch einen. Okay. Jetzt holt es dir, glaube ich, 2, oder was? Oh, wo ist denn Platz? Okay, jetzt läuft das da unten links ab, Leute, bei mir. Du hast 3 Tore. Ach, bei dir läuft das auch die ganze Zeit ab, wenn du in den Ballbesitz bist. Ja, Mann, aber jetzt kann ich mir 4 oder so holen. Mehr als 3-0 geht rum, okay. Zack. Runter. Abwehrriegel. Nein. Oha. 3. Oder? 2 waren das durch Abwehr. 1, 2, 3. Hallo. Raus hier. Das ist zweifach, ne? Aber es läuft auch ganz schnell ab. Jetzt hast du gleich wieder nur 1. Jetzt müssen wir ändern. Jetzt hast du wieder 1. So kann man wenigstens ruhig Spielaufbau betreiben. Oh, oh. Geht rüber. Ja. Okay, 2 reicht eigentlich. Obwohl, wenn man 2 haben kann. Jetzt hast du 3, ne? Was machst du da für ein Zeitspiel? Ja, was denn? Scheiße. Aber du musst nach oben, ne? Ne, ich hab 2 Tore. Also, woher kommen die denn? Aber jetzt nur noch 1. Dann bleiben wir hier stehen. Jetzt holt es sich wieder 2, oder was? Wir machen direkt die 3 voll, Leute. Jawohl. Let's go. Schnell. Ja, Agüero. Niemals. Boah. Was? Komm, jetzt muss ich aber durchzahlen. Das ist Van Dijk. Hier ist keine Chance. Oh, oh. 2, ne? Ja. Boah, junger Agüero, Alter. Was macht der da? Woll wichtig, wichtig. Der Bräune. Oh, was? Fehl, der die auseinandergenommen hat. Ja, ja, ja. Ah. Ist da. Oh, oh. Yo, Farm, Junge. 1? 1, glaube ich, ja. Ich bin immer noch 0. Und ich hab eine 1 aus 3. Ey, komm. Hey. Wo ist das denn? Ja, das ist natürlich jetzt schwierig für dich da. Oh, scheiße. Das ist ja nicht gerechnet. Los, nochmal 3. Ich hab Van Dijk. Nein, geh weg. Ich hab Van Dijk. Oh, mein Gott. Ey, wohin? Das ist ja viel zu einfach gerade. Ich krieg ja gar kein... Warum geht der denn nicht mit Pressing drauf? Jawohl. Oh, oh. Ha. Ja. Ciao. Ist das denn letztlich, oder was? Oh, ja. Ich renne einfach durch. Scheiße, oh, ha. Oh, 3. Nein, nein, nein. Tormann. Oh, 6-3 jetzt, ne? Ja, war nice. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Tor ist gesperrt, Stefan. Ey, er gibt den. Ja, jetzt kann ich... Was machst du da? Schweinschen in der Mitte. Schweinschen in der Mitte. Hör auf, Mann. Olle, 3 ist da. Jawohl, let's go, jetzt. 3 Tore wären jetzt nice. Sterling ist heftig, Leute. Ja, das sind jetzt ein paar Punkte für mich hier. Hier, direkt Pressing. Du hast gar keinen Punkt, du hast 0. Ja, ja, aber ich krieg langsam. Immer mit der Ruhe. Guck mal hier, der steht doch schon hier. Mach die Zone zu hier, komm. Da ist schon mal der Erste. Wo spielt er denn hin? Und jetzt? Jetzt ist er weg. Oh mein Gott, 3 Tore. Ah, Van Dijk steht da. Ich hab grad gar keine Angst. Irgendwie. Bam, Junge. Ja. Wie haut der den rein? Boah, ey, Schiri. Gibt's ja keine Fouls? Ich glaub, in der Zone gibt's keine Fouls. Hör mal auf hier. Das hab ich grad neu rausgefunden. Keine Fouls in der Zone. Lol. Die Zone soll mal im 16er sein oder das wär lustig. Ja, Mann. Die ist immer so zentral. Ah, 3 komplett aufgeladen. Boah. Boah, diese schnellen... Boah, Junge. Geiles Tackling, Mann. Was ist, wenn ich jetzt abseiz? Kommt doch raus. Macht ja viel mehr Sinn, wenn die dann weiter vorne stehen. Jawohl. Warum klebt der Ball immer so bei dir? Jo. Ah, wie schnell. Was ist das denn? Aber ich hab nur zwei. Nein. Boah, eigentlich müsste das fünffach sehen, was ich grad genommen habe hier. Aber ich führ noch. Wirklich? Ja. Nee, scheiße, du führ. War das doch drei, oder was? Ja. Jetzt hab ich erstmal schon mal eine Zwei. Guck mal, wie easy, Alter. Kommt da gar nicht dran? Ja, da kommt keiner. So, komm, Leute. Jetzt brauchen wir unbedingt ein Tor. Boah, der kommt auch noch genau in die Zone rein zum Wiederaufladen hier. Abseits. Nee. Doch. Boah, das war so rarscharf, ne? Hey, das wär so wichtig. Jo. Das gibt's wirklich keinen Foul da drin. Das war kein Foul, oder was? Da gibt's da drin, gibt's keinen Foul. Warum denn nicht? Weil das die Zone ist. Okay, aber das ist Fabinho. Das ist Sané. Nein. Stark. Komm, ich muss mir jetzt... Äh, die Zone wird voll klein, ne? Ja, am Ende spielst du die, glaub ich... Nee, da nicht. Guck, wie riesig. Oha. Mit die voll klein. Aber die wurde, glaub ich, grad kleiner. Ja, super. Geil. Oh, da hast du grad eine Ballbeherrschung. Ah, oh, geh doch mal dran da, Mann. Oh, oh. Geil. Krieg ich mal... Ja. Digga, wenn der reingeht, ist es vorbei. Oh mein... Komm mal. Schnell, 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 Leute. Ich muss irgendwie ein Tor machen. Scheiß auf die drei Tore. Zwei reichen. Ich hab immer noch drei. Das ist jetzt... Ja, das geht, glaub ich, noch. Aber es sind drei Punkte. Sehr, sehr schwer jetzt, ey. Jetzt ist wieder alles bei null. Wär geil, wenn man jetzt mit der Zeit, also wenn die Zeit nach oben geht, also bis zur 90. Minute, wenn man jetzt auch vier oder fünf aufladen könnte. Damit man halt auch so einen Rückstand aufholen kann. Ja, Mann. Das können wir als Feedback hier hinten schreiben. Rieser mal klein. Ja, super. Jetzt ist... Oh, korrekt. Gibt es überhaupt einen Foul? Stimmt, vielleicht ist das ja ohne Fouls. Das könnte auch sein. Dich zum Haus. Hätten, dem ist ja echt noch gar keinen Foul. Da, da, da. Boah, Junge, hau mal ab. Ja, ist die Lücke, ey. Wie viele Punkte hast du? Drei noch? Ey, hallo, zwei. Ja, nur zwei. Aber nur zwei, gerade noch untergegangen. Oh, ey. Da gibt's, glaub ich, echt keinen Foul, Leute. Komplett im ganzen Modus. Ja, ey, mach doch. Ja, ich mach doch. Ja, ich mach doch. Ich weiß, es geht sich so ab, Alter. Du kommst nicht in die Zone rein. Voll, komm. Parkmann, du holst jetzt zwei Punkte. Oh, nein. Ey, du darfst keine zwei bekommen. Komm, komm, 2, 2, lade nochmal auf auf drei. Nein, 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 nein. Das ist zu wenig. Nein, das ist ein Schüsschen. Das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Zack. Jetzt lade ich nochmal auf. Push hin, push hin, push hin. Okay, komm. Druck, druck, druck. Ey, hör auf, Mann. Ich darf da eigentlich nur den Ball nicht verlieren. Genau das war der Fehler. Ja. Ey, es gibt hier echt keine Fouls, Leute. Wir finden das jetzt erst raus. Was ist jetzt passiert? Ja, es ist gewonnen, Gigi, Alter. Mann, ey. Also Feedback, also sagen wir erstmal Meinungen über dieses neue Spielmodi-Format, wie auch immer. Andere Modus hat mir persönlich noch mehr Bock gemacht. Das ist aber eine coole Abwechslung. Also ich fand bisher, es gab ja letztes Jahr, haben die jetzt auch noch irgendwelche Hauswurts und so rausgebracht. Das hat auf jeden Fall mehr Bock gemacht, als die, die im letzten Jahr kamen. Aber der andere Modus ist noch geiler. Ich finde, das ist ein bisschen eintönig hier nach einer Zeit. Immer nur ein Kist Quadrat. Da hätte man noch irgendwelche Funktionen dazu bauen müssen nach der 30. passiert das und so weiter, damit da ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt. Oder man kann halt vielleicht auch noch irgendwie mal, es gibt ja bei Rocket League zum Beispiel, kannst du so Boosts aufladen. Keine Ahnung, wenn auf dem Platz noch so verschiedene Boosts sind. Genau, so Attribute wie bei Mario Kart oder so. Dann rennt man da drüber und dann hat man... Ja, man muss ja sowieso immer in die eine Zone, aber wenn auf dem Platz vielleicht noch so andere Zonen werden, die so Drabbling da noch Boosts oder sowas geben, vielleicht... So eine gute Idee, können wir denen auf jeden Fall als Feedback mitgeben. Oder halt, dass man dann am Ende, stell dir mal vor, du hättest bis 5 aufladen können. Dann hättest du vielleicht noch gewonnen. Ab der 70. kann man unendlich aufladen, bis 5 zumindest oder so. Wäre auch geil gewesen. Aber ja Leute, hat Bock gemacht? Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr neu seid. Wir sind raus aus dem Video. Haut rein. Ciao.